genau hier rüber wir haben es ja ne hier steht doch nirgends ein hinweis wo ich längst darf ja ok hier ist zu hier ist zum Beispiel sowas Eindämmungseinheit 5 was auch immer das gerade war wo immer das gerade war ja ist hier zufällig ich habe Punkte in der Nähe da gibt es noch einhörig egal ich muss jetzt hier längst wie könnte ich das verhindern runter muss ich oder hoch 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 ok ich sag mal vollgas nee warte oh ich muss wieder zurück schade das Ding zieht mit du bleibst ja nur noch vollgas oder ach aber andererseits ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 und ich gehe mal zurück und speichere das erstmal, dass ich diesen Stöpsel herausgezogen habe ich kann nicht zurück, um den Stöpsel zu speichern Was ist hier? Ich könnte hier den Stöpsel speichern, aber... Okay, ich werde hier den Stöpsel speichern Ich hoffe nur, weil es anderer Weg ist Das war jetzt nicht geplant Inward, ich habe ihn Ich werde hier den Stöpsel beizetern, aber ich werde hier kommen Ich bin hier 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 Böde daran ist, dass ich nicht wirklich eine Ahnung habe, was das überhaupt ist, was mich da strömt. Okay, sobald der da ihn trifft, zieht er sich sofort zu mir hin. Das heißt, ich werde mal was versuchen. Wenn es das nicht ist, werde ich fluchen. Vor allen Dingen die Frage, wie weit geht das Ding eigentlich im Wasser? Auch nicht so weit. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Und splitten kann ich mich ja nicht wirklich, oder? Also ich habe nur E, Tab und... Ich werde es schüft. Und das sind drei, bin ich mir nicht. Hab ich hier Badegewässer, mit denen ich mich kleiner machen kann. Ich habe nur das Ding, wo ich mich löschen könnte, theoretisch. Aber würde ich... Aber würde ich... Bin ich schneller, wenn ich kleiner bin? Ich bin schneller, wenn ich kleiner bin. Ich bin schneller, wenn ich kleiner bin. Ich bin schneller, wenn ich nicht mehr. Ich bin schneller. 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 Ich bin lanci... mal gucken ob das klappt ich weiß nicht, ich habe Zeit verbraten und ich bin genauso schlau wie vorher und ich bin dran ihr wollt ja Gut, dann ist das der Punkt, wo ich keine Ahnung mehr habe. Ja, ich laufe hier im Kreis schön. Ja, mein Name ist Krusekirz, ich spiele gerne auch, wenn ich gerade keinen Plan habe, was ich tue. Gibt es hier irgendwie noch was zum Schaltern, dass ich weniger Wasser hier drin habe oder so? Irgendwas, wo ich anders langkomme. Das hilft auch nicht, das hatte ich schon gehört. Das heißt, das ist Kuss. Das ist Kuss so ich habe gerade gesehen dass es ein special challenges, dann lasse ich das und such mir was anderes wo ich hin kann weil ich ja gerade bei der suche war wo ich noch irgendwelche stöpsel habe und mir vielleicht den weg versperrt haben ich finde noch den punkt wo es weiter geht ich quetsche mal hier durch, ich muss woanders hin hier ist auch alles aus einer eindäckungseinheit ich dünkel einfach mal irgendwo rum habe eh keine ahnung wo hier vorne hinten ist botanischer garten bin ich auch irgendwie reingeraten und dann war ich im kernkraftwerk hier geht es noch weiter das ist auch wieder nur eine eindämmungseinheit ja bevor ich da jetzt noch hier ja ja Ja, gut. Wieder waren das in Laufen. Hier oben. Hier oben war auch nur noch Müll, ne? Okay, ich muss irgendwie wieder zur Richtung Reaktor. Und irgendwo durchquetschen. Ist egal, ich muss um. Hier runter. Okay, doch nicht. Äh... Hier hoch. Was ist das zu? Nein! Es geht doch nur wieder hier runter, dann muss ich wieder hoch. Oder ich gehe hier rechts lang. Hat mir schon mal erst gesperrt.